So, jetzt haben wir den Nächsten hier bei uns am 6. Mörder Wolkenmarkt. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo, das ist der Patricia und Susanna. Herzlich willkommen, wie war's? Ja? Ja, prima. Strecke auch okay für euch? Super. Sehr gut. Dankeschön. Ach, da steht auch wieder jemand. Ah, Zielfoto, dann müssen wir nochmal zurückgehen und herkommen. Zielfoto. Hallo. Ja, das Wochenende, äh, vielleicht ist es zu Ende. Wir haben den Reopening-Bartell in der Schof Pforzheim hier in Pforzheim, in der Schofrofi-Markt. Und wir haben natürlich ein tolles Wochenende und haben die Extremsportlater Mario Karcher war da als Extremsportler, der jetzt momentan in Hawaii ist und sich auf den Ironman vorbereitet. Dann war Joey Kelly von der Kelly Family da, der Ultra-Marathonläufer und Extremsportler, der wieder heute Kölner Marathon ist und natürlich dort seine Runden dreht. Wir drehen noch mal schauen, ob die nächsten Runden hier gedreht werden. Das Ganze hier anzuschauen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.